das hier ist tony tony ist ein high tech staubsaugroboter und unser neuer bester freund wenn staubsaugen nicht zufällig euer hobby ist dann schaut euch dieses video unbedingt an fangen wir mit den basics an ihr könnt toni mit der englischsprachigen app me home innerhalb von wenigen minuten einrichten genau diese app ist dann auch später zur steuerung da hier könnt ihr zum beispiel einstellen wann und wie häufig er sauber machen soll das ist auch schon das wichtigste es gibt zwar auch noch eine ganze menge zusätzlicher funktionen und gimmicks die sind für den alltag aber eher unwichtig insgesamt ist die bedienung einfach und verständlich deswegen legen wir auch gleich los so sieht es aus wenn tony für euch staubsaugt es macht wirklich viel spaß ihm dabei zuzuschauen um ehrlich zu sein es ist sogar besser als game of thrones die putzleistung der robot ist vollgepackt mit verschiedenen sensoren damit erfasst er egal ob bei tag oder nacht eure ganze wohnung die teilt er dann in sektoren auf und saugt systematisch ab im klartext heißt das er vergisst keine einzige stelle und saugt gründlicher als jeder mensch seitdem tony da ist nutzen wir deshalb auch kein geschirr mehr sondern essen einfach alles vom boden frische und saubere tomaten direkt vom boden nur die suppentage sind etwas schwierig spaß beiseite die putzleistung ist erste sahne und falls es probleme gibt zum beispiel wenn er sich bei kabeln verfängt gibt es eine benachrichtigung direkt auf das smartphone nachdem er fertig ist fährt davon selbst zuverlässig zurück zur basis um sich wieder aufzuladen den staubbehälter könnt ihr sehr leicht entleeren und reinigen es sind also keine beutel nötig die lautstärke ist übrigens echt okay er ist schon spürbar leiser als ein normaler staubsauger konzentriertes arbeiten oder ein spontaner mittagsschlaf auf dem boden wie ihn jeder gerne macht sind aber trotzdem nicht möglich noch ein paar infos tony braucht für 50 quadratmeter circa 30 minuten ist eure wohnung also zum beispiel 100 quadratmeter groß braucht er dafür circa eine stunde das ist für ein staubsaugerroboter sehr schnell eine akkuladung reicht für circa 250 quadratmeter aus sollte er zwischendurch leer werden fährt er rechtzeitig zurück sobald er wieder genug akku hat macht er dort weiter wo er aufgehört hat bis jetzt hört sich alles sehr gut an euren normalen staubsauger könnt ihr aber trotzdem nicht rausschmeißen tony hat nämlich grenzen treppen werden nicht gesaugt hohe teppiche oder fälle werden nicht gesaugt und enge stellen bei denen er physikalisch einfach nicht reinpasst werden auch nicht gesaugt es muss mindestens circa 35 5 cm breit und circa zehn zentimeter hoch sein damit er komplett durch passt ihr müsst also schon noch ab und zu selbst staubsaugen aber deutlich seltener als sonst weil es insgesamt einfach viel sauberer ist und sich dadurch auch an den problemstellen weniger staub sammelt kommen wir zu einem uns sehr wichtigen punkt dem preis made in germany roboter mit ähnlicher leistung und ausstattung kosten satte 800 euro für uns wäre sowas ein ko kriterium tony kostet nur ein bruchteil davon gerade mal 250 euro das sind jetzt auch keine peanuts aber eine summe die noch wirklich bezahlbar ist und im verhältnis zur konkurrenz ist ein absolutes preis leistungswunder kurz und knapp wenn ihr staub nicht mögt werdet ihr toni lieben wo kann man toni kaufen wir haben euch ein paar shops verlinkt wo ihr toni kaufen könnt wir persönlich haben uns für gearbest entschieden da ist aktuell der günstigste preis vorhanden und wir haben auch nur gute erfahrungen gemacht es gibt auch keine zollkosten oder sonstige kostenüberraschungen die lieferzeit ist mit circa drei wochen zwar recht hoch aber das ist für ware aus china standard weil toni aus china kommt gibt es zwei einschränkungen erstens gibt es kein ce zertifikat das liegt aber nicht daran weil er schlechte qualität hat sondern weil er einfach schlicht nicht für den verkauf an europa gedacht ist also praktisch völlig unwichtig zweitens und das ist schon wichtig falls er kaputt geht gibt es ein problem bei gearbest habt ihr zwar immerhin ein jahr garantie das hin und her schicken dauert aber trotzdem ewig und die circa 40 euro versandkosten müsst ihr auch selber zahlen aber zumindest langzeitberichte von dem roboter die wir in foren gefunden haben klingen sehr gut was zuverlässigkeit angeht wenn jetzt noch eine spezielle frage zu toni habt oder zum bestellvorgang dann schreibt uns einfach einen kommentar wir antworten euch das sehr gerne vielen dank fürs zuschauen und bis bald